So, sag mal, hat euch das Training Spaß gemacht? Ja! Ich hab das jetzt nicht verstanden. Hat euch das Training Spaß gemacht? Ja! Ich meine, hier sind meine beiden Kameras, weil ich hier, beim TIPORALS, das weltbeste Kinder- und Jugendtraining gesucht habe. Ich will auch mal kommen. Ja, und wisst ihr, was ich hier gefunden habe? Ich habe hier das zweitbeste Training auf der Welt gefunden. Und das heißt, ich muss noch weitersuchen. Und vielleicht gibt es irgendwo da draußen noch jemanden, dass wir das weltbeste Training machen. Nö. Denen suche ich. Nur wir. Nur wir. Wir meinen, ihr habt das weltbeste Training? Ja. Ja, dann sagt das mal in die Kameraden. Ja, das ist ein weltbeste Training. Und weißt du, welchen Verein kommt ihr nochmal? EFV, HAL! Ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kriege ich eine Kamera? Ja, von mir nicht. Ja, von mir nicht. Vielen Dank.